Du kommst wirklich immer näher ran, ne? Mhm. Weil ich keine Geschwindigkeit verliere, ich halte meine 90, egal, berghoch, bergab. Jetzt gewinnst du, jetzt verlierst du. Jetzt verliere ich auch. Ja. Geht berghoch. Ah, 89 kälter. Noch. 88, 78, 86, jetzt kackt Baden. 90. 90. 90. 90. Immer noch 90. Na, jetzt kippt er auch wieder Gas. Aber ich bin schon ganz schön ran gekommen hier. Ja. Nimmst du immer noch auf? Ja. Elefantenrennen Deluxe. Elefantenrennen Deluxe. Tunnel. 88. Jetzt wird's ne Elefantenrennen wegen 2 km. Ach ne, ich fahr wieder 90. Aber ich hab die innere Spur. Ich muss den kürzeren Weg fahren. noch. Wenn's wieder nach rechts geht, das ist ein Problem. Da vorne kommt ne Rechtskurve. Hahaha. Grüß dahin hab ich dich. Ich sag ja, wenn das Tempomat begrenzt ist, ne? Und, ja komm jetzt vollste. 91 hab ich ihn gekriegt, Wahnsinn. Oh, jetzt berghoch, ja. Jetzt kriegst du mich ran. Hallo. La li li. Du Pisser. Ja. Nur der Mann im Wohnen. Schau zu. Hahaha. Das war echt Laune.